Vor ziemlich genau einem Jahr veröffentlichte ich ein Video über die Early Access Version von Luminar Neo und sagte dabei, ich bin gespannt, was Luminar Neo noch sonst alles so bringt. Tja, und da kam tatsächlich einiges. Viel Gutes, ein paar Sachen aber auch nicht ganz so gut. Zur Klarstellung dieses Video nehme ich Ende Januar 2023 auf. Die aktuelle Luminar Neo Version ist 1.6.2. Kann aber gut sein, dass wenn dieses Video rauskommt, Anfang Februar 2023, dass es schon eine neue Version gibt. Aber ich brauche eben ein bisschen Vorlauf oder dass es eine neue Version gibt, wenn du dieses Video guckst. Denn es bleibt ja ewig online. Denn es gab im letzten Jahr echt viele Updates von Luminar Neo und ich denke, das wird auch so weitergehen. Zumindest hat Skylum das versprochen, dass sie Luminar Neo weiter verbessern wollen. Auch nicht nur Skylum hat viel gemacht, auch ihr habt viel kommentiert zu meinen Luminar Neo Videos. Viele gute Sachen, aber auch viele nicht so gute Sachen. Es ging hauptsächlich um das Geschäftsgebaren von Skylum. Und ich kann kein Video mit einem Rückblick über eine Luminar Neo machen, ohne die Sache anzusprechen. Denn gerade die erste Version, also diese Version, die nach der Early Access Version rauskam, die war auch für mich eine ganz, ganz große Enttäuschung. Denn Skylum hat einfach viel versprochen und konnte das mit der ersten Version einfach nicht liefern. Es gingen viele Dinge nicht richtig. Es ist immer noch saulangsam. Und irgendwie hat man sich schon ein bisschen verarscht gefühlt, wenn man Geld dafür ausgegeben hat. Und dann kriegt man eben nicht das, was versprochen wurde. Im Laufe des Jahres wurde das alles nachgeliefert und die Software wurde besser und besser und runter und runter. Aber ich kann schon verstehen, dass manche Leute sich ein bisschen verarscht fühlen. Aber guck mal an, was du für dein Geld kriegst. Ich bin jetzt auf der Verkaufsseite von Luminar Neo und du siehst, es gibt drei. Ja, 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 jetzt kriege ich sogar noch ein Geschenk, weil die dachten, ich wollte abhauen. Du siehst, es gibt drei verschiedene Modelle, wobei die beiden eigentlich ähnlich kosten. Also eigentlich ist das Explore eine Verarschung, weil das Pro kostet genauso viel. Sogar drei sind weniger und du hast mehr drin. Aber es gibt auch eine One-Time-Version, das heißt, du bezahlst einmal, hast also kein Abo und hast trotzdem, hier steht zumindest, Updates drin. Also solange es Luminar Neo heißt, solltest du Updates kriegen. Was nicht dabei ist, was du auch dazukaufen kannst, ist der Extension Pack. Da sind sieben Pro-Level-Extensions drin und zwar HDR-Merch. Das ist wirklich gut, also HDR zusammensetzt, Noiseless zum Entrauschen. Da habe ich erst ein Video dazu gemacht. Da kam aber tatsächlich Verbesserung seit meinem letzten Video auch so richtig gut. Finde ich es immer noch nicht. Ich finde Topass immer noch besser. Background Removal, ja gut, okay, das ging vorher mit den AI-Masken auch irgendwie und so richtig gut finde ich es nicht. Upscale, Vergrößern, ja, mein Gott, funktioniert. Focus-Stacking habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Supersharp, Schärfen, funktioniert ganz gut. Magic Light ist ziemlich cool, weil du da so Sonnensterne an kleine Lichtpunkte automatisch machen kannst. Das ist generell so ein Punkt, weil man kriegt man hier eine Vorschau. Hier kriegt man die Vorschau. Hier siehst du die Sonnensterne. Der ist schon ziemlich cool. Allerdings muss ich auch sagen, dass dieser Extension Pack für 300 Euro ganz schön teuer ist. Also da würde ich zweimal drüber nachdenken. Da lohnt sich dann vielleicht doch die Pro-Version, das Abo, was dann eben im Jahr 120 Euro kostet und du hast die Dinger mit drin. Also kannst du mehrere Jahre lang Luminar Neo haben und hast eben auch alle Updates mit drin und sogar den Extension Pack. Wenn du das Abo nehmen willst, nimmst du die Pro-Version und wenn du kein Abo haben willst, das finde ich super fair, dass es das immer noch gibt, kannst du hier die One-Time-Version nehmen. Und zugegeben, ich finde, du kriegst auch ziemlich viel für dein Geld bei Luminar Neo. Guck uns das einfach an. Neben einem kompletten RAW-Entwickler hat Luminar Neo auch eine Katalog-Funktion. Das heißt, du kannst da drin auch deine Bilder verwalten. Ich benutze es nicht, deshalb kann ich nicht so viel dazu sagen. Neben der Bilderverwaltung ganz, ganz groß Presets. Da kommen auch immer wieder Angebote. Hier kannst du neue Presets kaufen und so weiter und so fort. Ich selber bin kein großer Freund von Presets, aber Luminar Neo ist da halt ganz groß drin. Und jetzt hat er gleich erkannt, ich habe hier ein Landschaftsbild und schläge mir vor, dass ich, was weiß ich, einfache Landschaften drauflege. Sauberes Licht, sieht so aus. Waldbach, sieht so aus. Langzeitbelichtung, sieht so aus. Ja, meine Güte. Also, Presets gibt super viel. Original wird er herstellen. Du siehst hier, er merkt halt direkt Landschaft. Wenn ich ein anderes Bild nehme, schlägt er dir auch. Also, mal gucken, was er da vorschlägt. Presets, wobei, da habe ich halt schon bearbeitet. Filmisch, okay, Mittelmeerreise. Ah ja, er merkt schon, dass ich da mehr bin. Aber das möchte ich jetzt nicht anklicken, weil sonst meine Bearbeitung weg ist. Gucken wir uns an, was du alles machen kannst. Jetzt nicht übertrieben viel. Du hast Ebenen, also du kannst hier irgendwelche Sachen drauflegen noch. Du kannst aber auch natürlich das Ding duplizieren. Und du kannst dann, ah ja, okay, jetzt habe ich das dupliziert, egal. Ich wollte das eigentliche Bild duplizieren. Also, du hast halt Ebenen und kannst mehrere Sachen stapeln. Vor allem kannst du das eigentliche Bild, das du bearbeitest, nochmal dahinter legen. So als Backup oder sowas mache ich das gern. Ehrlich gesagt nutze ich Ebenen fast nie bei Luminar Neo. Was ich natürlich nutze, zuschneiden. Klar, dann gibt es im Extension Pack rauschfrei. Du kannst ihn drauschen. Super schärfen, du kannst schärfen. Magisches Licht wird hier wahrscheinlich nicht funktionieren. Dass er eben, da haben wir mal das Human Bild, wo das funktioniert. Da weiß ich, dass er es da gemacht hat. Da hat er neben dich. Ja, dann gucken wir mal hier. Magisches Licht haben wir hier schon drin. Magisches Licht hier. Da hat er. Das ist der einzige Punkt. Undo geht auch nicht. Ich kann zwar, das ist jetzt saublöd, weil ich dir das hier einfach nicht zeigen kann. Aber guck mal, wenn ich jetzt hin und her fahre. Ja, und dann mache ich Command Z. Passiert nichts. Ich kann zwar Doppelklick drauf machen, Hüpft zurück. Und ich kann auch hier zurücksetzen. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe das und ich mache es so und denke, ah, ich möchte ein kleines Stückchen zurück. Ando geht nicht. Bearbeiten, widerrufen. Ando geht einfach nicht. Na gut, ich kann ja dieses magische Licht hier. Warum auch immer, kann ich dir nicht zeigen. Ich möchte das Bild jetzt nicht komplett zerschießen. Das sind so die kleinen Punkte, die das Ding nicht ganz rund machen, sondern immer noch ein bisschen eckig. Also Luminar Neo meine ich. Aber guck mal einfach weiter. Ja, hier, guck mal, Mülleimer, irgendwie ausgebrannter Mülleimer, den ich gefunden habe. Also du hast hier gesehen, man hat hier so eine Änderungshistory. Magisches Licht sind eben diese Sterne. Kann ganz normal entwickeln. Alles mögliche, klassische Rohrentwickler können jetzt nicht alles durchgehen, verstärken. Das ist eigentlich so das Mega-Tool, was ich bei jedem Bild anwende und was so der Unique-Selling-Point von Luminar Neo ist. Radieren, kann man eben Dinge wegradieren. Kabel entfernen, Staub entfernen, funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Struktur, AI, dass er eben die Struktur irgendwie so hoch fährt. Farbe, schwarz-weiß, Details. Details ist irgendwie Struktur nur ohne AI. Bildrauschen entfernen, das ist eine klassische Bildrauschen entfernen. Luminanz und Farbrauschen entfernen. Dann Landschaftlich auch immer ganz cool, so ein bisschen goldene Stunde mit reinziehen. Oder wenn man möchte, dass das Grün noch gesättigter wird, wobei mir das meistens eh schon gesättigt, kann man da Sachen machen, Dunst entfernen. Also die Klassiker, die man halt so kennt. Natürlich Vignette kann man machen hier und da alles mögliche einstellen. Dann gibt es ganz viele solche Kreativpunkte Neubelichtung ist, dass du den vorderen Teil oder den hinteren Teil des Bildes neu belichten kannst. Also er versucht da halt zu erkennen, was ist vorne, was ist hinten, so ganz klappt es nicht. Das ist hier, also da, oft sieht es aus wie ein Verlaufsfilter. Aber manchmal funktioniert es auch. Benutze ich auch so gut wie nie. Himmel, man kann Himmel austauschen damit. Atmosphäre, da kannst du Nebel und so Sachen mit reinbauen, noch ins Bild, was manchmal auch ganz cool funktioniert, weil er eben doch erkennt, hier der Mülleimer, der muss eben vorm Nebel sein und so weiter. Oder Sonnenstrahlen, benutze ich ganz oft, dass du irgendwo Sonnenstrahlen reinsetzt und dann das Bild halt quasi sonniger machst, wobei hier passt es halt nicht. Das ist ein ganz cooles Feature, dramatisch, das sind halt lauter solche Dinge, ich weiß gar nicht, wir können das jetzt gar nicht alles durchgehen. Stimmung, da hast du Schlatz, die du reinmachen kannst, Tönung, Matt ist halt wieder nochmal ein anderer Effekt, mystisch noch ein weiterer Effekt, ist halt alles irgendwie kreuz und quer da drin. Dann Portrait, da gibt es jede Menge Sachen, wo hatte ich denn da, da wird wahrscheinlich nicht funktionieren, Portrait wird hier wahrscheinlich funktionieren. Hier Portrait Bokeh, dass er eben den Hintergrund unscharf macht, das ist okay. Wenn es nicht geht, geht es halt nicht, also wenn er das Gesicht nicht richtig erkennt, dann geht es halt nicht. Gesicht, Gesicht auffällen funktioniert immer ganz gut. Gut, also schmälern habe ich jetzt, nein, ich will nicht schmälern, ich will auffällen. Nein, hier funktioniert es nicht, aha. Doch, er hat eine Weile gebraucht, bis er das Bild hat, dann schmälern. Brr, 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 okay. Lippensättigung, Augen, Mund, Haut, Haut, Hautunebenheiten oder Hautunreinheiten. Körper kann ein Stücker dünner machen, dann Überbelichtung, wieso das hier bei dem Portrait Ding ist, verstehe ich nicht, aber kannst halt, ja, keine Ahnung. Generell ist die Anordnung der Elemente ein bisschen gewinnungsbedürftig. Vielleicht pick ich es auch einfach nicht, aber ich verstehe zum Beispiel nicht, wieso Klonen nicht bei Radieren ist, wo ist jetzt Radieren, ja, oder wieso Superkontrast nicht bei Kontrast ist und wieso Farbharmonie nicht bei Farbe ist und so weiter und so fort. Aber gut, man kann über jedes Tool irgendwie und die Anordnung meckern. Man kommt klar damit, vor allem sieht es schön aus. Das ist schon okay. Okay, das war jetzt fast schon so ausführlich, aber du siehst, Luminar Neo ist einfach deutlich mehr als einfach nur ein RAW-Entwickler. Die Stärken von Luminar Neo sind die Effekte. Du siehst jetzt gerade auch schon ein paar Bilder, wo das deutlich rüberkommt, dass es eben mehr kann, als nur Schatten aufhellen und Lichter runterziehen und ein bisschen schärfen. Und jetzt ist wohl auch der Zeitpunkt gekommen, wo ich sagen kann, es wird kein vernichtendes Urteil über Luminar Neo nach einem Jahr geben. Nee, ganz im Gegenteil, es hat sich wirklich, wirklich viel getan und ich möchte es aus meinem Workflow gar nicht mehr wegdenken. Ja, es hat noch ein paar Schwächen, habe ich ja schon gesagt, dass es nicht ganz rund ist, sondern an vielen Stellen doch noch ein bisschen eckig, aber auch das gilt für viele andere Tools. Gerade diesen Verstärkenregler, den finde ich einfach grandios gut. Wo es sich auf jeden Fall was tun muss, ist bei der Geschwindigkeit, denn Luminar Neo ist in vielen Bereichen einfach viel, viel langsamer als die Konkurrenz. Also auch beim Entrauschen dauert es ewig, während ich mit Topaz die neue AI, da fährt mein Balken rüber und ist fertig. Da dauert es bei Luminar Neo einfach ewig. Maskieren müsste viel, viel besser werden. Es kamen im Laufe des Jahres die AI-Masken, die eben erkennen wollen, was ist, wobei das haut oft nicht richtig hin. Und es ist bei weitem nicht so genau wie das, was Lightroom in der Zwischenzeit macht oder auch das, was On One Photo Raw schon lang macht. Die können viel, viel besser mal maskieren und da muss Luminar oder Skylum auf jeden Fall nacharbeiten. Auch Verlaufsfilter oder Radialfilter, ich weiß gar nicht, wie man die im Nachhinein ändert. Vielleicht haben sie einfach nicht kapiert, aber das sind einfach solche Dinge, die sie noch verbessern müssen. Ich habe es schon gesagt, Daumen hoch für Luminar Neo, es wird runder und runder mit jedem Update. Auch das stammt aus einem älteren Video über Luminar Neo von mir und ich wiederhole mich, ja so ist es. Und ja, es ist kein vernichtendes Urteil, ich kann es empfehlen, entweder als Standalone, komplett eigenen RAW-Entwickler mit Bildbearbeitung mit drin. Das kann in vielen Bereichen Lightroom und Photoshop ersetzen oder so wie ich es mache, ich benutze eben Lightroom als Grundlage zum Organisieren und eigentlich auch für die meisten Bearbeitungsschritte. Aber dann für so ein paar Effekte, wie diesen Sondenstern oder wie auch mal so eine überstrahlte Sonne, dass ich da dann so Sonnenstrahlen reinsetze. Oder wie diesen Verstärkenregler, der einfach so genial ist und das Bild so viel mehr aufpeppt. Dafür benutze ich dann Luminar Neo. Ich glaube, das funktioniert sogar als Plug-in in Lightroom Classic. Weiß ich gar nicht, weil ich eben nicht Classic benutze. Aber nach einem Jahr kein vernichtendes Urteil. Ganz im Gegenteil, es hat sich gemausert, es ist gut geworden. Und wenn es in dieser Richtung weitergeht, die Skydo mit Luminar Neo eingeschlagen hat, dann wird es noch besser, als es eh schon ist. Ich bin natürlich gespannt, was du über Luminar Neo denkst. Kommentiere unten drunter mal. Kommentiere auch mal, ob du immer noch enttäuscht bist von den Geschäftsgebaren. Denn das ist natürlich ein Punkt, über den man auf jeden Fall sprechen muss. Und da ich begeistert bin für Luminar Neo, wird auch immer wieder was kommen. Deshalb nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, dann kriegst du das mit. Hier gibt es eine ganze Luminar Neo Playlist, hier gibt es noch mein letztes Video und dann sieht man sich schon beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.